Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir den Gym Simulator. Und der wurde mir auf Steam vorgeschlagen. Da habe ich gesehen, dass er richtig beschissene Bewertungen hat. Da habe ich mir gedacht, Bäm, das Spiel ist doch ziemlich geil. Ich glaube sogar, dass Paluten den mal gespielt hat, wenn ich mich da richtig entzinne. Aber, ich bin mir nicht ganz sicher. Was mich auf jeden Fall schon mal begeistert an dem Spiel, ist, dass bei Load Game die Kontur dünner ist, als bei den anderen drei Optionen, also Play, Settings und Exit. Das ist schon mal ziemlich gut gemacht. Respekt. Okay, das sind wir. Alter. Boah, die Bewegungsunschärfe. Was ist die Mucke? Hä? Wo ist die Mucke weg? Die Mucke war geil. Okay, wir gehen erst mal zurück. Okay, wir können sprinten. Alter. Oh, hallo, da habe ich mal probiert. Der hat schon probiert. Die Form, die kann man, so sieht man ihn gar nicht, aber wenn man so geht. Kann man mit ihr reden, Bruder? Leute, ist es Tyler One? Hi, Dude. What are you doing, Bro? Get me out of here. Help me. Get me out of here. Es tut mir leid. Ich muss gerade, äh, ja. Der Herr hier hört leider nicht auf zu pissen. Der hat, der hat sogar einen Strahl, der durch das Klo pisst, Bruder. Ich kann dir nicht helfen. Das ist lebensgefährlich, da durchzugehen. Okay, what the fuck? Alter, was ist das? Ist es ein Horrorgame oder was? Was zum Fick? Okay. Was? Wie die hier stehen. Yeah, guys, I'm back. Call me Klaus. Klaus der Lauch. Oh, oh. Okay, was ist hier? Mit dem können wir reden. Hi, Champ. You need some Enhan... Alter, das ist... Oh, man. Nein, das führt zu einem kleinen Schwanz. Show me what you got. Okay. Cool, dann kriege ich halt zuerst ein bisschen Masse. Warum hören die... Wo ist die... Such a sweet, skinny pussy boy. Such a sweet, skinny pussy boy. Pussy boy. Ha. Wo kommt die Musik raus, junger Herr? Hm? Na? Das ist auch geil. Wie das glaube ich, sind das die gleichen Modelle? Einfach nur in Maschine breiten? Ne, nicht ganz. Sie haben schon ein bisschen andere Gesichtsausdrücke teilweise da. Vor allem. Na dann. Ich glaube wirklich, die Mucke kommt aus seinem Penis. Geil. Und dann darf ich mal dein Gasinstrument nutzen. Yay. Hier oben gibt es nichts mehr zu tun. Dann gehen wir erstmal ein bisschen pumpen, oder was? Don't you know, Bambira? Ah, ah. Tap. Sit-Ups, Push-Ups, Squats. Oh, unser Attractiveness-Level ist unten und stärker auch. Ja, wir gehen... Das tut eigentlich weh, dass das Game mich jetzt so persönlich angreift. Wir gucken uns erstmal die Leute an. Okay, jetzt haben wir pumpen als fuck. Die Dame auch. Ein bisschen... Ein bisschen dünn ums Gesicht rum. Aber, ist ja nicht schlimm. Sollte sich... Dem Part von... Okay. Da braucht man... Da braucht man gar keinen Eye-Tracker. Jeder weiß genau, wo man hinkommt. Alter. Der Typ ist insane. Der läuft auf dem Laufband. Was gar kein Laufband ist, sondern einfach nur in einem Metall... Ständer. Okay, wir pumpen jetzt richtig rein, Leute. Komm. Genug geredet mit Keimen. Wir machen Push-Ups. Ey. Was ist... Was ist LNB? Left-Mouse-Button? Oh, kann ich mir selber zugucken irgendwie? Ah, ja. Okay. Was ist das Game? Warum hat er schlechte Bewertung? Das ist doch geil. Heute mit Facecam, Leute. Hallo, ich bin der Klaus. Heute machen wir Homeworkout. Für die Leute, die sich noch nicht ins Fitnessstudio trauen. Die haben zwar teilweise wieder offen, aber die sind ja auch schon gut belaufen. Deswegen hier, so kann man zu Hause Push-Ups machen. Man muss die Nase ganz groß öffnen. Dafür brauchen wir auch eine große Nase. Die habe ich schon. Das ist ein Vorteil. Große Augen, damit ich euch besser sehen kann. Weil meine Augen werden immer schlechter, deswegen werden die größer. Und mit meinem Mund, ja, der ist so abgefuckt, weil so viel Scheiße laber ist. Das ist nicht schön. Alter, unser Attractiveness-Level ist gestiegen. Hat man am Gesicht nicht ganz erkannt. Und ich weiß auch nicht, wie zehn, was haben wir gemacht? Push-Ups das irgendwie sick machen. Aber dann squatten wir jetzt mal ein bisschen. Oh, ja. Oh, da können wir uns nicht zugucken. Fuck. Funktioniert der Spiegel? Nee. Das ist frech. Oh, ich habe eine Idee. Wir squatten gegen die Dame. Hä? Eins. Zwei. Drei. Vier. 997. 998. 999. Und 1000. Bitch. Geschlagen. Die hat in der Zeit nur sechs gemacht. Okay, wir reden mal mit der Dame. Hello, Beauty. Fuck off, sexist Freak, creep, pervert. I am not like this. You think that just because you're a man, you can talk to me, Ray? Okay. Okay. Mittlerweile weiß ich nicht, ob das Spiel überhaupt lustig ist. Oder ob hier nicht jemand... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Jemand mit einigen Komplexen ein lustiges Spiel gestalten wollte. Aber da vielleicht ein wenig auch so seine Meinung mit eingebaut hat. If you know what I mean. Dann reden wir mal mit unserem Bruder. Was ist los? Hi. Get lost, weirdo. I kicked your ass. Alter. Okay. Ich verstehe nicht ganz, warum hier Sachen sind. Und wir können aber nur drei... Können wir was boxen? Oh, wir können punchen. Und dann soll... Wir haben Fäuste im Spiegel. Ich treffe den Scheiß nicht, ne? Alter, ist das Nirvana? Das ist meine Lieblingsband. Meine Fäuste spielen die Melodie auf dem... Wie nennt man das? Zuschlagbox. Beutelsand. Guck mal, wie weit ich es wegkriege. Nenn mich nochmal schwach. Dann mache ich aus euch ein Punching Bag. Bam, bam, bam. Dein Gesicht. Meine Faust küssen sich. So, jetzt müssen wir zu der Mucke noch Sit-Ups machen. Oh, Alter. Alter. Kann ich mein Gesicht dabei sehen? Oh, ja. Ich sehe, wie mein Attractiveness-Level... Lol, das wäre cool. Wir haben nen Bart gekriegt. Oder bin... Entwickeln wir uns gerade zu nem Chat? Dann würde das sogar Sinn ergeben. Dann ist das nur noch halb so lustig. Boah, habt ihr den Hochflip gesehen? Dabei wollte ich nur vor ihr ein bisschen... Ne, ne, ich will nicht mit ihr reden. Geh ein bisschen zurück. Ich kann irgendwie nicht vor ihr... Ah, jetzt. Ich versuche zu ihr zu kommen, aber sie creept mich weg. Was ist eigentlich creepiger? Dass ich das jetzt vor ihr mache oder dass sie da stehen bleibt? Das ist ja auch schon irgendwas so ein bisschen creep, ne? Dass sie mir dabei zuguckt. Eine normale Person würde doch weggehen und zur Security gehen und sagen, hier ist ein Creep. Aber das tut sie nicht. Also ist sie eigentlich der Creep, weil sie darauf steht, dass sie von einem Creep angeguckt wird. Also irgendwie werden wir nicht schöner. Wir sind schon relativ sick, ne? Unterwegs. Das muss man ja auch sagen. Dann springen wir mal wieder hoch. Wie ging das? Äh. Wie kommt man hier raus? I'm stuck. Okay, Leute. Ich hab's raus. Ich weiß, wie man hier rauskommt. Perfekt. Here we go. Reden wir mal mit dem Nächsten. Komm. Mit dir willst du auf meinem Gesicht laufen, Bruder. Das ist... Leute, jetzt mal ein kleiner Tipp an alle Schlawiner unter euch. Was ist Face-Sitting, wenn man Face-Running haben kann? Okay? Please. Es ist komplett verpackt. Hier. Wenn ich aufhör zu drücken. Ha. Woo. Okay, Leute. Ich bin bereit für die Dusche. Man kommt hier sogar ohne Probleme durch. Perfekt. Was nicht passt, wird passend ge... Hier draußen ist noch eine ganze Welt zu entdecken. Und die Stühle erst. Interessant. Aha. Puck, 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 puck. Oh, ich bin stuck. Aha. Hey, vielleicht kann ich hier jetzt helfen. Nope. I'm out. Ich hab'n Gebiss. Cool, 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 cool. Kann man auch andersrum? Kann man... Oh, er kann uns jetzt ins Müll pinkeln. Oh. Talk. Talk. Hi, dude. Hello. Fuck, ich krieg's nicht hin. Da. Okay, ich schaff's nicht. Ich krieg die Pisse nicht in meinem Müll. Es tut mir leid, Leute. Hi, guys. I'm back. Na, yes. Kann mich sogar selber zum Lachen bringen. Hallo. Okay, da war keiner was, dass ich so rückwärts aufm Rücken durch das Gym crawle. Das ist fucking insane. Oh, yeah. Call me like you, mean it. Hi, bro. Hast du jetzt was? Show me what you got. Get some math first, okay. Hey, war cool. Can I make it from you? Hü, da fuck you say, bro. I will fuck you up. Na, I fuck you. Fight? Komm, wir ficken ihn. Ba... Moment, er fickt grad... Was passiert gerade? Bin ich tot? Ich hatte gehofft, dass... Wir sind im Krankenhaus. Ich sag doch, es gibt hier noch eine ganze Welt zu entdecken. Junge, der hat sich mit dem Falschen angelegt. Jetzt kommt die Polizei. Exit E. Exit E. Hallo, Softlock? Hallo? Okay. Irgendwie ist das Game nicht so gut. Ich krieg die... Normalerweise sollte man die Maus auch nicht sehen. Ich verstehe, warum das Game scheiße ist, Leute. Ich verstehe, warum das Game schlechte Reviews bekommen hat. Es gibt wahrscheinlich noch ein, zwei, drei lustige Dialoge, wenn man dann mal Masse aufgebaut hat. Aber ja. Ich denke, wir haben genug gesehen von diesem Spiel. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und nicht beim Gym Simulator. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.